Ich mache ganz selten Sport. Ich will, dass es was Besonderes bleibt. Obwohl ich war jetzt das erste Mal wieder Joggen nach zehn Jahren. Und ich habe so eine App genommen, vielleicht kennt ihr die, die heißt From Couch to 5K. Also von der Couch zu 5 Kilometer, ne? Und ich dachte, das schaffe ich vielleicht, weil da musst du 90 Sekunden joggen und dann 60 Sekunden darfst du gehen. Und da redet immer so eine Stimme mit dir, so eine Frau auf Englisch, die sagt dann immer You are great, you are awesome, you are almost there. Für alle, die kein Englisch können, du bist großartig, du bist fantastisch, du bist fast da. Dachte ich, geil, wenn ich's nicht so mal Sex habe, leg ich die daneben. You are great, you are awesome, you are almost there. Dankeschön! Vielen Dank!